hallo zusammen ich bin soeben zurück aus berlin vom skat masters finale 2021 mein erstes großes live skat turnier seit mehr als anderthalb jahren muss man sich mal vorstellen es wurde also mal wieder höchste zeit echte karten aber vor allen dingen echte menschen die man sehen konnte mit denen man sprechen konnte die man auch so ein bisschen erschnüffeln konnte mit denen man sich freuen konnte und ärgern konnte was ja beides bekanntermaßen zum skater zugehört ich habe also gemerkt wie sehr mir das in den letzten anderthalb jahren gefehlt hat das kann online skat nicht ersetzen und so gesehen war es ein richtig tolles turnier für mich auch wenn die karte überhaupt nicht lief das habt ihr vielleicht schon daran gemerkt dass ich jetzt bereits wieder hier in meiner homebase sitze dass ich das etappenziel halbfinale verfehlt habe in diesem jahr muss man sagen klar verfehlt habe ich war vom schnitt nicht ansatzweise mal in der nähe des halbfinales ich hatte wohl nach zweieinhalb listen noch das gefühl es könnte klappen aber dann hat es mich wie beim skat ebenso richtig zerrissen und so gesehen kann ich euch jetzt bereits ein paar eindrücke mitbringen ich wollte zwei verteilung zeigen eine die richtig gut lief eine die dann richtig schlecht lief ich wollte ein paar bilder zeigen und wir können auch gemeinsam mal den finalisten die daumen drücken denn während ich schon wieder gemütliche zu hause sitze sitzen die jetzt im fernsehstudio werden vielleicht noch geschminkt vielleicht sind sie schon die ersten partien am spielen die haben jedenfalls noch gut drei stunden arbeit vor sich wünschen wir ihnen mal viel spaß und viel erfolg so dann bringe ich mal ein paar eindrücke zunächst mal der hinweis auf meinen instagram account ich bin da gar nicht jemand der besonders viel postet aber wenn dann mal ein skat turnier ist dann zeige ich gerne ein paar fotos da könnt ihr also direkt dabei sein und ein bisschen was mitbekommen hier zum beispiel mit dem amtierenden europameister ingolf münchen also ihr seht wir haben uns wirklich gefreut uns hier mal wieder persönlich über den weg zu laufen ja und worauf ich auch noch hinweisen wollte ergebnisse habe ich euch ja versprochen ganz toll in diesem jahr wurde das turnier von skat guru übertragen das bedeutet wer es noch nicht kennt einfach mal auf app.skatguru.de da könnt ihr solche turniere live im internet nachverfolgen also wenn ihr es vorher gewusst habt dann konntet ihr auch meine ergebnisse und weitere ergebnisse im turnier verlauf direkt mit verfolgen und dann könnt ihr hier auch jetzt noch sehen welche zwölf spieler sich für das halbfinale qualifiziert haben mit welchen punkten und wenn ihr ein bisschen runter blättert dann findet ihr mich auch hier was bin ich geworden 53 mit einer guten letzten serie immerhin noch über 3000 punkte aber das war natürlich schon deutlich entfernt von den punkten die man hier für das halbfinale gebraucht habt also ihr könnt dann auch rein drillen in die serienergebnisse und sogar in die tischergebnisse in der liste euch anzeigen wie lief jedes einzelne spiel also das ist schon richtig cool und das gleiche konnte die auch machen jetzt für das halbfinale also während ich schön im zug auf dem weg nach hamburg war konnte ich quasi live skat verfolgen wie diese zwölf halbfinalisten erstmal ausgelost werden wer gegen wen und wie dann die listen liefen und am ende war es dann doch an allen tischen relativ deutlich also erster finalist matthias wasielke der hat mit mir schon 20 18 im finale gespielt also ein bekanntes gesicht am zweiten tisch hat sich hartmut seber durchgesetzt sollte euch auch ein begriff sein war schon mehrfach im finale hat das turnier auch schon mal gewonnen sieht am ende recht deutlich aus aber tatsächlich war das lange ganz schön umkämpft hinten raus hat er dann einfach noch mal 168 aufgelegt und damit war der drops dann endgültig gelutscht ja und am dritten tisch hat sich klaus meyer durchgesetzt mit 10 zu 0 aber ganz starken spielpunkten der hatte wohl wirklich hier eine bubenschwemme da konnte top spieler frank klix auch mit deutlich mehr spielanteilen ihm nicht paroli bieten also das sind die drei finalisten klaus meyer hartmut seber und matthias wasielke auf die können wir uns schon freuen beziehungsweise auf das video und das was da dann noch rauskommt ja dann gehen wir mal einmal zurück und schauen noch mal aus meiner sicht auf das turnier also zunächst mal habe ich wieder den coolsten pokal bekommen ein fan hat mir hier das anfertigen lassen vielen dank dafür hat mich riesig gefreut könnt ihr das lesen moment mal bodo jawohl das ist also meine erinnerung an das guard masters 2021 und darüber hinaus noch zwei partien das war also in der zweiten serie erste serie habe ich gespielt 4 zu 0 also meistens habe ich komplett weggepasst ganze runden lang hatte ich nichts jetzt hatte ich aber neun tote dazu bekommen war also mit 600 und ein paar punkten noch einigermaßen im rennen zweite serie lief los und das war jetzt mein erster auftritt glaube ich im dritten spiel bei 18 hatte ich es bekommen in mittelhandfindung jetzt gar nicht so schlecht ja in vorhand wird so wahrscheinlich die beiden peak luschen drücken und den kreuz spielen sieht dann so ein bisschen aus wie so ein zehntrümpfer auch da muss man natürlich sagen ohne drei und ohne ein einziges gedrücktes karo kommt man da schnell schon mal zu kurz also auch da ist es durchaus möglich wenn trumpf zu viert sitzt was man ja oder auch trump zu drei aber man weiß es drei zu drei aber man weiß es nicht dass man irgendwann noch mal eine herz lusche abtragen muss aber jetzt in mittelhand wirst du automatisch irgendwie zu kurz kommen jetzt kannst du also natürlich trotzdem so drücken und vielleicht den herz spielen in der hoffnung kreuz 10 ist blank oder dass du die vollen verstechen kannst andererseits in mittelhand dass du jetzt wirklich auch karo volle angeboten bekommst wird nicht so leicht passieren vorne drei oder vier karo hat dann wird da wahrscheinlich eine lusche oder ein bild kommen also ich habe mich dann letztlich entschieden hier doch herz 10 zu drücken und nur eine pik lusche und dann einfach mal den kreuz zu spielen fünf trümpfer ist ja jetzt auch eine idee kann man auch so machen und das spiel saß halt ziemlich brutal vorhand hatte was ich ja jetzt noch nicht sofort wissen konnte fünf trumpf dagegen und auch nur ein einziges pik und gar kein stück herz also das spiel lief los es kam karo auf den tisch ja was kam auf den tisch ich glaube es war eine lusche oder ich glaube es war die dame karo dame kommt auf den tisch ich steche mit dem trumpf das krieg von hinten natürlich eine lusche nach 24 bin arglos sie erst mal trumpf ich mein arglos oder nicht ist ja auf jeden fall der richtige zug jetzt viel der kreuz bube links und von der anderen seite sogar jetzt nur die trumpf lusche also ganz klar da sitzen fünf trumpf dagegen der spieler wollte jetzt nicht fortsetzen mit karo sondern stattdessen kam pik 7 pik könig ja jetzt kann man ja gegen fünf trumpf auch schon mal auf die idee kommen da noch zu schnippeln vielleicht will man noch die zehn haben aber irgendwie hatte ich dann doch das gefühl vielleicht geht es wenn ich jetzt noch in karo vollen bekomme also erstmal mitnehmen auf jetzt 36 herz as ziehen soll natürlich laufen auf 47 oder 50 und dann noch mit dem kreuz könig karo vollen verhaften das war die idee jetzt passierte aber folgendes wupp herz as war weg ja jetzt kannst das spiel eigentlich abgeben da geht nicht mehr viel 36 liegen ja was soll noch groß passieren was passierte es kommt noch ein kleiner karo hinterher habe ich natürlich noch so ein bisschen markiert was soll ich machen dann pik 9 abgetragen hinten kam karo 10 und jetzt kam also tatsächlich noch folgender schöner stich auf den tisch pik 10 von hinten von dem der gar keinen trumpf mehr hat also vielleicht schon ein bisschen über ambitioniert aber auch der fünf trumpf man hätte das jetzt natürlich reparieren können wenn er denn mal vorsticht stattdessen lacht da tatsächlich karo was da drin und da hatte ich auf diesem wege die 61 voll gemacht also das hat mich so ein bisschen im rennen gehalten in dieser zweiten serie kam noch so ein weiteres ding drei trümpfer ohne fünf der hätte auch nicht unbedingt gewonnen werden müssen habe ich also 900 gespielt war jetzt noch so weiterhin im rennen und in der dritten serie da gab es dann den plattschuss also wie beim skat manchmal das kann ich euch auch noch mal hinlegen da musste ich jetzt ein bisschen was tun ich war ja hinten an also dass das spiel ein gewisses risiko hat es ja steht ohne frage werdet ihr gleich sehen aber wie es dann natürlich wieder gelaufen ist das war irgendwie legendär das ist ebenso typisch brutal beim skat ich habe in vorhand sieben trümpfe in herz mir fehlt nur die herz 10 und die drei oberen buben dann habe ich noch das pik erst dabei und dann hatte ich schon noch eine lusche und eine blanke dame also das ist natürlich in der beikarte schon irgendwo bedenklich lieber schaust du natürlich rein als dass du hand spielst aber mittelhand ging erst bis 33 überlegt dann ein bisschen und hat sich dann entschlossen pikant zu reizen also 44 ja nun musst du irgendwann natürlich dich entscheiden lieber hätte es natürlich rein geguckt das risiko ist bekannt ich habe gesagt das ding muss jetzt einfach mal funktionieren habe also gehalten kommen dann ran spiel jetzt herz hand hoffe auf eine günstige trumpf 2 2 verteilung spiel die lusche aus und es fällt also wirklich jetzt pik bube und herz 10 ich mache schon drei kreuze denn wunderbar drum steht 2 2 jetzt hast du eine gute chance und dann kam eben hier folgender stich pik dame und der eintrümpfer herz bube sticht vor und mein ganzer stolz das pik erst in der ballkarte ging den bach hinunter logisch es lag noch ein pik drin der hat gereizt in mittelhand den sieben trümpfer pik fünf mal pik die beiden alten ein pik lag jetzt eben noch drin ja und jetzt kam halt auch noch zur krönung dann kreuz 10 auf den tisch kreuz dame und hinten das ass also hat vorhand jetzt auch noch mal aus einer fünferlänge direkt scharf nachgesetzt war aber sowieso egal es fehlt eben noch der alte und sie hatten jetzt schon so viel dass ich dieses spiel dann verloren habe herz hand ohne drei 100 minus und damit konnte ich dann meine fahrkarte ins halb finale endgültig abschreiben so ist es dann auch passiert und nichtsdestotrotz wie gesagt es war ein schönes gaudi es war toll mal wieder dabei zu sein ja dann hoffe ich dass ich euch euch hier mit diesen eindrücken ein wenig erfreuen konnte und wenn ihr heute abend nichts besseres vor habt 21 30 machen wir natürlich wieder ein bisschen sense guard live freue mich auf euch und ja wie immer gut bleibt